ja das sieht ganz gut aus eigentlich so oh ne, zwei straßen kreuzen sich fast aufs stück ja wir dürften eigentlich bohr sein ich sehe mich ja selbst nicht mehr auf deinem map immer in die richtung warte alles los nö nichts nichts ich habe bloß ein bisschen rückenschmerzen komm schon auf weil wie gesagt mein stuhl der ist ja schon Ewigkeiten alt vier Jahre oder sowas da kenne ich noch so einen Stuhl welchen denn deiner? mein eigener ja ja aber deiner hatte bestimmt noch keiner bist du jetzt gerade ausgelaufen? ja ok ich sehe dich wieder ähm warum bist denn sie so langsam? ey ich bin gerade in der Hocke gelaufen deswegen ich muss erstmal aufstehen ich verwechsel mal die Tasten zwischen xy und sowas und was aufstehen ist das ist gerade nur nicht ich habe gerade keine Ahnung ähm da ist ein Schwein wo? vor meiner Sicht ist noch nicht tot oder? das ist kein Schwein das ist ein Schaf ja da kannst du es auch trotzdem töten xy executed ich gebe dir mal ein bisschen Deckung hier kann ja immer noch jemand vorbeiflitzen oder so muss ich mal schnell was trinken aber mir blinkt siehst siehst du den Turm gleich war mal eh what the fuck da vor deiner Nase gehen jetzt los muss man eh drücken du kannst dich lehnen mit E und Q du kannst dich lehnen mit E und Q na? schmeckt's Bier? ja ja siehst du den Turm da vorne welchen? ja vor dir in die Richtung die wir jetzt laufen da oben bei dem Turm war ich echt? ja ja genau das ist als du mich gesucht hast ja genau wo wir uns noch nicht gefunden haben ja wo ich alleine wo ich alleine gespielt habe weißt du? ach da wo es alleine gespielt ist ok wo du gerade mit einem neuen da wird das Bon teilweise ziemlich gute Sachen ja das war so ein Militärstützpunkt ist das da oder? mhm sowas in der Richtung ja wie schöne Antenne aber ich bin da hochgelaufen da findest du fast gar nichts also da wo ich also wo ich erstmal da war da war gar nichts da also da war nichts getroppt da war gar nichts es war auch dieser bescheuerte Server wo ich äh runter auch runter bin von dem Turm waren urplötzlich haufenweise Zombies da weißt und dann schieß ich meine AK leer und hat keine Munition mehr mhm mhm gestorben ooooh alter meine scheiße alter meine scheiße alter ist gar nicht so schlechte er sind normalerweise ist eigentlich nicht so schlecht da findet man schon einiges aber man muss bisschen Glück haben muss man schon sagen ich kann ja Deckung geben in dem du durchsuchst das ist ja auch dieses Massen Grab drin ich glaub schon ja na was ein bisschen nekrophil nekrophil was war das nochmal Sex mit toten Menschen ne ja genau es ist sicherer komm komm ich log die mal ein bisschen zu mir dass die nicht folgen ok ich bin gerade am hochklettern aber da glaube ich sind schon ein paar hinter mir her ja ein oder zwei müssten die hinterher laufen wir laufen alter wie lang ist denn die Leiter hier eigentlich ziemlich lang ich hoffe jetzt kommt nicht irgendwie so ein vollidiot noch ich finde das irgendwie schade dass du die Leichen nicht durchsuchen kannst die hier so rumliegen weißt du ja ah ok jetzt ist hier was gespawnt Bandage, Lee Enfield Munition, Pain Killer, die nehmen wir Pain Killer mit ja äh Bandage und Dings kannst du mitnehmen aber empfiehlt nicht brauche ich ja nicht mehr mal hier oben außen rumlaufen mal schauen und wie geht es dir eigentlich jetzt was meinst du jetzt allgemein mit den Zombies grad ach so ach so ich hab gesagt gesundheitlich ich hab gedacht jetzt real life und so nein ähm ja Zombies ich drehe hier so meine Kreise Kreise so und fräst deine Kreise und sagst leise scheiße genau Taschenklatscher Taschenklatscher machst du Sport? ich weiß nicht scheiß jetzt blutig man fuck ungünstiger und keine Bandage ist mehr doch doch ich hab ne Bandage echt? ok cool ja aber du müsstest mal langsam mir helfen weil mir rennt jetzt wirklich hier so 5 Zombies hinterher ja dann laufen wir weg ich hab alles durchsucht passt wüssten du jetzt ja ich bin draußen ich ich renne hier vorm Eingang rum äh wir müssen ja in die Weltrichtung hier weiter ja ich blute ne ja ja wir müssen jetzt erstmal laufen weil so uns ja ja ich mein aber also wir haben ja wir haben ja wir haben ja Blutplattpacks ne ja ja dann passt das ja wir müssen erstmal mindestens zwei loswerden weil sonst kriegen wir die anderen zwei überhaupt nicht kannst du mal gucken wie wir uns folgen du bist ein bisschen weiter weg wie vier Stück ok ok jetzt gerade noch einer eh wo ist denn jetzt hin? na toll vor dir das ist aber nicht geschossen oder? doch ich hab geschossen doch ich hab geschossen warum schießt du wenn ich hab die leitere Waffe also wenn sowas ist am besten lass mich schießen weil sonst äh locken wir noch mehr an ja ist ok ich wollte dir ja bloß helfen mehr ist das ja gar nicht gewesen und die Verschwendung ist das ich hab noch genügend kommst du nicht hoch musst du erst Treppenleiter dann steigen lernen nix oben drauf ok klar so jetzt muss man mal schauen lol das sind drei Zombies ich laufe einfach mal weiter vielleicht sehen sie mich nicht die ignorieren uns cool so so du 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 ja ok ich geb's du ich hab keine Ahnung gewusst aber ich glaub wir dürften jetzt eigentlich hier sein ich war na wenn wir die jetzt weiterlaufen dann dürften wir eigentlich nach Zelenogos kommen ich weiß gar nicht also bei mir auf der Map also wenn ich auf die Map gucke weiß ich gar nicht wo ich bin weil ich werde gar nicht angezeigt also alles ist ja auch auf den Maps nicht also man sehr wenige Server wo es äh geht das stimmt das hat eine sehr starke Erleichterung ich guck einfach mal ich google einfach mal wegen den Markierungen die du wirklich siehst so wenn du halt läufst ich weiß dass das habe ich jetzt erst bei bei petten bei petten bei petten bei petten bei petten mit gesehen dass das geht aber ich weiß jetzt nicht ob das jetzt wirklich nur geht bei denen wo man sich selbst auf der Map sieht oder ob das auch geht äh wo man sich auch nicht auf der Map sieht wo man ist kann natürlich auch sein dass das jetzt hat dass du meine Markierung weil normalerweise ist es ein schwarzes Kreuz mit einem Kreis ich weiß ich weiß ich weiß aber ich habe das echt nicht gesehen ich kenne das ja wenn du beispielsweise da habe ich auch schon ein paar mal gesehen dass das halt einfach so ein schwarzer äh schwarzer Kreis ist mit einem Kreuz drin wo halt beispielsweise Giano steht oder sowas beispielsweise dass du weißt dass da Giano ist Giano ist oder Elektro das weiß ich ja das habe ich schon öfters gesehen Müsstest du mal auf dem vollen Server müsstest du einfach mal das bringen ähm dass du dass du auf diese Karte markierst ich und dann einfach irgendwo anders auf der Karte du ich glaube der wird wär ein bisschen verwirrt der Kerle das sieht ja scheiße der weiß wo ich bin fuck woher nur selbstmord you won't get me you won't get me also ich habe zwar nach Farbe aber es geht schon so ein bisschen ins Kräulich also mein 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 Blutbalken ist ein bisschen ins Orange gegangen so von Grün ins Orange Momentan geht's noch jetzt musst du aber aufpassen einfach so jetzt schau mal hier rein warte den mach ich gleich weg da sind noch ein paar Zombies scheiße der ist auf mich der ist auf mich zugegangen der hätte ich zwar gesehen aber der ist auf mich doll die wollen echt bei dir nicht umfallen oder ne nicht wirklich hier ist ne Trinkflasche drin hast du schon eine oder brauchst du die selbst ich habe schon eine ich habe nämlich noch keine so na wo ist sie denn hä ach da da Waterbottle hier ist sogar noch eine Schrotflinte oben hast du schon geguckt oder naja ich geh mal hier in das kleine Nebengebäude rein ne Toolbox nimm wozu ist eigentlich die Toolbox da damit kannst du sowas wie Sandbänke aufstellen und abbauen achso warte 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 wirst du das auch was dann dass hier irgendwas gestorben ist oder irgendwer wirst du die fliegen ja etwas ich habe das nicht so laut gestellt na ok ist jetzt wurscht laufen wir weiter nicht dass die uns da hinten auch noch sehen